Welche Gespräche finden Sie schwierig? Die Antwort ist wahrscheinlich für jeden von uns eine andere, aber wir alle haben schon schwierige Gespräche gehabt. Und was ist jetzt ein schwieriges Gespräch? Wenn es für mindestens eine der beteiligten Personen eine Herausforderung ist, dann ist es schwierig. Manche schwierigen Gespräche sind geplant und wir wissen, dass sie kommen. Und viele entstehen spontan und erwischen uns ganz unvorbereitet. Manchmal sind Sie der Initiator eines schwierigen Gespräches, weil Sie entweder schlechte Nachrichten übermitteln müssen oder jemanden mit einem Problem konfrontieren müssen. Die meisten von uns waren dabei auch schon auf der Empfängerseite. Jemand kommt zu uns mit einer Information, die wir hören müssen und die ist nicht positiv. Selbstverständlich kommen schwierige Gespräche in allen Lebensbereichen vor. Sie sind oft auch der Kern unseres Berufslebens. Dazu gehören schlechte Leistungsbeurteilungen, Feedback an Ihren Chef über dessen Benehmen, mit einem Kollegen sprechen, der anstößige Bemerkungen macht oder einen Mitarbeiter entlassen. Und natürlich gibt es sie auch in unserem Privatleben. Das könnte beispielsweise das Ende einer Beziehung mit einem Partner sein, die Konfrontation mit einem Nachbarn wegen seines Lärms oder die Bitte an ein Familienmitglied, das sie nicht länger kritisieren soll. In den Arbeitsblättern finden Sie ein Handout, in dem Sie Ihre schwierigen Situationen beschreiben können. Ich empfehle Ihnen, eine aus dem beruflichen Umfeld und eine aus Ihrem Privatleben auszuwählen. Auf diese Weise sehen Sie, wie dieser Prozess auf verschiedene realistische Situationen passt, den Sie in Ihrem Leben begegnen. Sie können das Videotraining optimal nutzen, wenn Sie jedes Video aktiv einsetzen, um sich auf die schwierigen Gespräche vorzubereiten, die Sie führen müssen. Dabei können Ihnen die Arbeitsblätter helfen, Schritt für Schritt die Informationen aufzubauen, die Sie für ein erfolgreiches Gespräch brauchen. Außerdem können Sie die Strategien mit jedem Schritt so verinnerlichen, wie Sie sie üben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017